Ich habe mega Hunger. Habt ihr Bock auf Döner? Alter, ein Dürüm wäre jetzt echt geil. Bro, was ist ein Dürüm? Na, ein Dürüm eben. Die ist es lange. Ich glaube, der meint ein Jufka. Ach so, aber was sagt er zu Dürüm? Was zum Geier soll ein Jufka sein, ihr Waldmenschen? Sorry, Mr. Berlin. Jungs, kein Stress. Da kommt Timo auch schon. Abfahrt. Servus, Jungs. Ich war noch kurz in der Bank. Ich habe mega Hunger. Habt ihr Bock auf einen Rollo-Döner? Alter, ich bin da und ich hatte eine Krugelin.